Grüezi miteinander zu 90 Sekunden mit mir. Es ist bald Fasnacht und ich möchte euch heute mitnehmen an die Karnevale auf Venedig. In was für ein Kostüm und unter was für einer Maske würdest du gerne schlafen? Und wo brauchen wir unsichtbare Masken? Wir dürfen nicht so sein, wie wir sind. Wir müssen uns verstehen. Bei Gott brauchen wir keine Maske. Er liebt uns so, wie wir sind. Im Psalm 139 lesen wir. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Ob ich sitze oder stehe, du weisst von mir. Von fern erkennst du meine Gedanken. Ob ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. Du bist vertraut mit meinen Wegen. Du umschließt mich von allen Seiten und legst deine Hand auf mich. Bei Gott findet wir Geborgenheit und Ruhe für unsere Seele. Ich wünsche euch gleich ein Segen und bleibt gesund. Ich wünsche euch ein Segen und Ruhe für unsere Seele. Ich wünsche euch ein Segen und Ruhe für unsere Seele.